Es ist aus. Nie antwortest du auf meine Anrufe. Nie hilfst du mir, wenn ich irgendwas brauche. Stattdessen ist dir dein Social Life ja so wichtig auf den sozialen Plattformen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Florian. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, an Weihnachten ist man ja immer richtig gutherzig. Und aus dem Grund habe ich eine mega fette Verlosung für euch. Und zwar verlose ich für euch diesen Hund da. Und zwar könnt ihr jetzt diesen Hund gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist in die Kommentare zu schreiben, wie süß sie doch ist. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no. Ich hasse dieses Weihnachten. Oh mein Gott, du glaubst nicht, dass ich dir eine Lohre gekauft habe zum Weihnachten. Oh mein Gott. Oh, warte. Hier liegt gerade ein Zahnbaum auf dem Boden. Keiner, warum? Ja, weißt du, auf jeden Fall, Weihnachten ist das Tollste auf der Welt. Ich liebe Weihnachten. Es ist so... Es ist einfach so unbeschreiblich. Du, ich muss jetzt aber auch los, ne? Genau. Ja. Danke dir auch. Bis dann. Die süße Maus. Also Kinder, den Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. Also der Weihnachtsmann ist nur so irgendeine Erfindung aus den USA und deswegen gibt's dieses Jahr leider keine Geschenke für euch, denn da ist niemand, der euch was bringt. Also ich kann euch ein paar Nüsse und ein paar Mandarinen geben. Aber das war's dann auch. Vielleicht kommt dir das Christkind, aber der Weihnachtsmann, den gibt's nicht. Alles Gute zum Geburtstag, Jesus. Ich weiß, es ist nichts Besonderes und alles, aber ich hoffe, es gefällt dir. Happy Birthday. Was? Wir haben schon den 20. Juli? Scheiße, ich muss langsam anfangen, Geschenke zu kaufen. Oh, wow, 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 wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, es ist Weihnachten. Scheiße, das habe ich voll vergessen. Was soll ich denn jetzt schenken? Das muss reichen. Last Christmas I can't remember. Ja, Leute, das war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn, auch wenn, ich weiß, es sehr kurze Frequenzen waren. Also Frequenzen. Ich bin leider mitten in der Klausurphase, deswegen habe ich nicht so viel Zeit dafür, weil ich hatte Bock, dieses Video zu drehen. Also, Leute, was ich sagen wollte ist, und zwar vom 22. Dezember bis zum 1. Januar werde ich Vlogmas machen. Das müssten die einen oder anderen eigentlich kennen. Also Vlogmas, I have a vlog, I have a Christmas, Vlogmas. Ich werde euch mitnehmen zwischen meinen Feiertagen und allem. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben. Und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video.